Bayerischer Fliesenhandel, die Welt der Wohn- und Objektkeramik. Soll man glaube ich nicht essen, aber schaut nicht aus. Man kann damit auch vielleicht ein bisschen überdecken, dass ich da keinen Vertrag habe mit dem Wetter. Du magst dich vielleicht zusammenreißen da oben. Ich habe neue Kandidaten, bin im Westpac und da hoffentlich warten zwei ganz gespannt, ob ich komme oder nicht. Also man sollte zu Hause sein, wenn man auf die Wiese möchte mit dem Werkmeister. Wenn man nicht daheim ist, habe ich einen Pech gehabt. Aber wir haben Plan B. Plan B ist, Luana heißt sie, eine Kindergärtnerin. Mal schauen, ob wir das ohne Kinder auf dem Bild hinkriegen. Das wird spannend. Ja, grüß Gott. Ich war dann direkt von der Wiese. Ich suche eine Luana. Die hat sich beworben. Wir brauchen mal die Luana. Die darf man nach unten kommen, kurz ins Büro. Du hast dich woanders beworben? Nein. Ich nicht. Du hast dich beworben, Luana. Mit Minja, einen Minja-Job habe ich. Doch, bei mir. Grüß dich. Grüß dich. Oh, jetzt fallen aber fünf Blöcke runter, oder? Darf diese junge Dame jetzt mit mir? Oder hast du noch eine Freundin, Cousine, mit wem du auf die Wiese gehst? Äh, mit meinem Bruder heute. Natürlich. Ein guter Kindergarten. Wie heißt der? Einen Kindergarten dürfen wir einmal bewerben. Minihaus. Minihaus München. Und kann ich da mich auch bewerben? Das dürfen Sie gerne. Wir suchen immer Pädagogen. Boah, was meinst du, was da los ist? So, auf geht's. Gehen wir. Ist dir nicht zu kalt? Jetzt auch nicht. Dann ziehst du dich jetzt ganz schnell an, wenn der Bruder kommt, dass du fertig bist. Genau. Hola, hombre. Servus. Er spielt nicht viel Deutsch, macht nichts. Ganz schnell Lederhose, Hemd anziehen und auf das Oktoberfest. Das ist schon die Chefin. Grüß dich. Grüß dich morgen. Ja, jetzt hier mal einen schönen Drücker machen. Oh, ja. Ich habe da zwei fesche Brasilianer heute. Essen, was sie wollen, oder? Essen, was sie wollen. Nein, meine Speisekarte rauf und runter. Rauf und runter. Gut. Ich schau zu. Tschüss, ganz von der Loire. Ja. Vielen Dank muss man bei der Gelegenheit einmal bei denen sagen, die die ganze Zeit arbeiten. Einer der Kellner hier in der Bratwurst, Seppi, danke. Sehr gerne, sehr gerne. Hast du gut gemacht, schnell bedient. Und ein guter Kellner. Was machst du für eine Sosserl? Die da, die ist die Beste. Kriegt auch einmal was zum Essen, gell? Morgen gibt es eine neue Ausgabe. Zeit zu zweit. Morgen gehen wir in die Münchner Stuben. Ja, und wir sehen uns sowieso später bei Fangenmann dort. Ja, und wir sehen uns sowieso später bei Fangenmann.